Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel-mit-mir-Kanal. Ihr seht schon, die Falkenritter von Playmobil bewachen hier die Riesenkanone. Die werden wir gleich natürlich noch zusammenbauen, das werde ich euch zeigen. Und natürlich noch testen. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, Leute. Heute mal kein Schnell-Durchdorf, denn das Spielset ist eigentlich relativ schnell zusammengebaut. Aber ihr seht, es ist noch in den Typen drin. Einmal hier die Räder, die kommen gleich auch dran. Wir sehen hier noch ein Heft, das hatte ich im Unboxing noch gar nicht gezeigt. Hier weitere Spielsets aus der Knight-Serie. Oh, ein Riesen-Katapult. Cool. Okay, das soll uns heute aber erstmal nicht interessieren, denn wir haben die Riesenkanone der Falkenritter dabei. Die brauchen wir auch. Das hier gleich, das packe ich an die Seite. Und mit Hilfe dieser Anleitung werde ich das natürlich schnell zusammenbauen für euch. Was brauchen wir dann als erstes? Ich schaue mal, wir sehen hier als erstes die Riesenkanone, selbstverständlich. Und dafür machen wir diese Holzräder hier dran. Das kennen wir schon von anderen Spielsets, deswegen packe ich das hier erstmal an die Seite. Und ich glaube, von Vorteil ist es, wenn ich hier ein bisschen die Kamera nach unten nehme, ja, das ist doch schon viel besser, oder? Okay, wir sehen hier die Ritter. Die können uns eigentlich auch zuschauen, solange wir die Riesenkanone mal zusammenbauen. Hallo ihr beiden. Die antworten uns nicht, komisch. Komische Ritter. So, als erstes hier die Holzräder. Und das kennt man eigentlich schon von anderen Spielsets. Ich hoffe, ja, das ist die richtige Richtung. So, haben wir schon bei vielen Playmobil-Fahrzeugen gesehen, sozusagen, wie wir die Räder, aber da waren noch Felgen dran. Hier sind natürlich jetzt keine Felgen dran. So, und es funktioniert. So, das nächste. Funktioniert auch. Im Mittelalter ging das natürlich alles ein bisschen schneller, Freunde. So, okay. Der fährt schon mal. Das ist schon mal super. Dann als nächstes nehmen wir hier diese große Tüte. Hier sind mit Abstand auch die meisten Teile drin, die wir brauchen. Wir brauchen hier die Kanonkugel. Schaut euch das mal an, Freunde. So groß ist die Figur. Und so groß ist die Kanonkugel. Die ist natürlich nicht für Personen gedacht, sondern für Mauern oder Burgen, die damit zum Einsturz gebracht werden sollen. Okay, ich packe hier mal gerade die ganzen Sachen aus. So, schaut euch das mal an. Echt eine Riesenkanone, muss ich sagen. Wie packen wir die denn jetzt hier rein? Okay. Die kommt anscheinend hier vorn. Oh, ist natürlich jetzt jetzt die Kamera da, selbstverständlich. Tut mir leid, wenn ich mal mit den Sachen hier aus dem Bild gehe. So, ich hoffe, ich packe es jetzt richtig rein. Anscheinend noch nicht. Okay, das ist ein bisschen komisch. Machen wir das eventuell falsch? Nein, das ist richtig. Aber wir kriegen es noch nicht ganz rein. Okay. Ihr seht, es ist ganz lose. Komisch. Ja, Freunde, da kann man mal sehen, wie man es falsch machen kann. Und zwar gehört das nicht hier rein, sondern hier vorne rein. Das habe ich leider auf der Anleitung nicht genau lesen können. Wenn ich das direkt sozusagen hier versucht habe. Das muss ich nur ein bisschen rumspielen. Okay. So, jetzt hat das geklappt. Jetzt ist es auch relativ fest drin. Ja, definitiv fest. Okay, was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen natürlich hier das Holzteil. Das kommt hier oben dann rein. So. Okay. Hier hinten. Da kommen noch zwei Waffen hin. Und zwar diese Doppelechse. Aber wie man die auch nennt. Die sind auch relativ warm. Vielleicht nehme ich das jetzt erstmal raus. Denn dann ist es ein bisschen einfacher, die dran zu machen. Okay. Vorne fehlt natürlich noch... Das hier. Das sind ja die Falkenritter. Ist auch relativ schnell gemacht. Das kann man auch rausnehmen, wenn man möchte. Okay. Damit wären wir eigentlich schon fertig. So. Jetzt sieht es doch mal richtig wie eine Riesenkanone der Falkenritter aus. Ihr seht es hier hinten. Damit betätigen wir dann die Kanone. Dafür brauchen wir aber selbstverständlich noch Kanonenfutter. Also in diesem Fall diese riesigen Kanonenkugel. Die wir so reinklicken lassen. Und wir sehen zur Hälfte ist es jetzt drin. Und gleich selbstverständlich. Wir können es mal hier testen. Ich hoffe ich kriege es hin. Okay. Also da ist eine Menge Power schon mal drin. Das merke ich schon. Aber wir testen das mal gleich. Und lassen vielleicht was zum Einsturz bringen. Jetzt erstmal noch die restlichen Teile. Wie zum Beispiel hier diesen Wagen. Kommt glaube ich einmal hier hin. Ja. Okay. Dann haben wir diese beiden Teile noch. Da frage ich mich gerade wo die rankommen. Ich schaue mal gerade. Anscheinend hier. Ja. Und hier. Damit die einzelnen Sachen nicht runterfallen. Wie zum Beispiel diese Kanonenkugel. Oder auch das Fass hier. Im Fass. Da können wir jetzt irgendwas verstauen. Die Kanonenkugel passt hier selbstverständlich nicht rein. Nicht schlimm. Wir machen das mal hier zu. Okay. Und auch. Der Handwagen würde ich fast sagen ist fertig. Aber da fehlt doch noch was. Genau. Da fehlt noch die Fahne. Da frage ich mich gerade. Ja. Dafür nehmen wir dieses Ding hier. Das hier so rein. Das haben wir gemacht. Aber wie bekommen wir das jetzt hier drauf? Hm. Ah okay. Hier vorne anscheinend. Vielleicht ein bisschen weiter vornehm. So. Dann hier rein. Und dann haben wir auch die Fahne hier drinnen. Wie seht's hier. Okay. Dann fehlen uns nur noch ein paar kleine Teile. Die machen wir jetzt natürlich auch noch fertig. Einen Teil habe ich beim Wagen hier vergessen. Ihr seht ja. Der ist jetzt so nach unten ein bisschen. Der fällt. Deswegen hier dieses Holzteil noch dran. Und dann bleibt er auch stehen. Okay. So jetzt müssen natürlich die Ritter noch vorbereitet werden für die Schlacht. Hier ein echt cooler Helm. Dieser Vorrichtung hier. Zum Schutz selbstverständlich. Wenn man ganz vorne ist. Und hier der Falke. So. Das packen wir mal hier oben drauf. So. Die Vorrichtung geht auch schon. Also wir können es auch ohne Vorrichtung benutzen. Wir machen das jetzt hier aber drauf. Denn so sieht es auf jeden Fall cooler aus. Okay. Wir sehen hier. Wir sehen die Ritter eigentlich gar nicht mehr jetzt schon. Nur ganz bisschen. Echt böse. Wir machen es mal auf. Okay. Die Fackel. Können wir hier auch unseren Ritter geben. Es ist ja wahrscheinlich dunkel gerade. Ich hier zumindest nicht. Hier ein fettes Schutzschild. Irgendwann kriegen wir das hin drauf zu bekommen. Erden. So. Ein bisschen komisch aus. So. Oder wir machen es mal umgekehrt. Und geben ihm hier dieses Ding. Natürlich braucht ihr auch noch ein Schwert. Deswegen nehmen wir ihm jetzt mal die Fackel hier ab. Und geben ihm das Schwert. So. Wie ein echter Ritter. Alles klar. Du bist gerüstet. Für die Schlacht. Dann können wir das hier. Hier oben reinpacken. Da bin ich mal gespannt ob das geht. Jo das geht. Vielleicht ist das auch hierfür gedacht. Müssen wir nur gefährlich sein. Weil wenn hier Pulver fast drin ist. Dann darf da natürlich kein Feuer sein. Und hier diesen Umhang. Den können wir den Ritter hier auch noch dran machen. Ein roter Umhang. Ist ein bisschen aus wie so ein Superheld. Okay. Wir haben hier noch weiteres. Das können wir hier unserem anderen Ritter halt mal geben. Das ist ja der Bogenschütze. Ich kriege das jetzt so richtig hier ran. So. Ja. Das hat geklappt. Natürlich brauche ich auch dieser Ritter einen Helm. Seht. Ohne Vorrichtung. So. Drauf ist er. Und natürlich Pfeil und Bogen. Aber ihr seht hier. Die Bögen. Die können wir leider nicht abfeuern. Können wir vielleicht abschneiden. Aber auch der Bogen ist nicht sehr elastisch. Das ist aus Holz. Hier ist kein Gummi oder so. Oder aus Plastik. Wie gesagt. Ich habe gesagt aus Plastik. Fühlt sich aber ein bisschen an wie Holz. Okay. Können wir ihm natürlich auch geben. So. Und selbstverständlich auch die Pfeile. Die kommen hier hinten dran. Die können wir hier hinten dran hängen. Genau. Die bleiben dann auch da hinten hängen. Okay. Super. Aber auch für diesen Ritter können wir ein Schutzschild gebrauchen. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Weil er auch hier diesen großen Bogen in der Hand hat. Den packe ich mal nach hinten. Na. So. Hinten fallen. Die Pfeile jetzt weg. Selbstverständlich. So. Und hier. So. Jetzt passt es aber. Okay. Die Falkenritter. Sind jetzt auch fertig. Der Handwagen. Und selbstverständlich. Die Kanone. Die wollen wir jetzt mal austesten. Ihr müsst hier an die Seite. Denn. Wir packen euch dahinter. Ihr kommt hinter die Kanone. Und jetzt. Nehmen wir mal die Kamera wieder ein bisschen. Schießen mal hier gegen die Wand. Gleich wollen wir das natürlich mal testen. Was für eine Kraft dahinter ist. Und hiermit feuern wir die halt ab. Und wir können die auch verstellen. Also nach oben können wir abfeuern. Na. Okay. Gucken wir mal hier. Von hier wird es gefeuert. Na. Okay. Da fällt der erste auch runter. Aber wir haben auch eine zweite. Cool ist natürlich. Wenn ihr das Spielset doppelt habt. Damit könnt ihr natürlich echt cool rumspielen. Und dann zu zweit auch. Am besten natürlich nicht gegenseitig damit abschießen. Denn. Die scheint echt. Kraft zu haben. Ja. Wir können es mal testen. Und schießen mal hier. Auf das Fass. Bin ich mal gespannt. Ob wir das hinbekommen. Und die Fahne wieder dran. So. Wir sehen hier. Die Kanonenkugel. Wie gesagt. Die wird hier reingeklickt. Die klickt auch. Und kommt dann auch erstmal nicht mehr raus. Erst wenn wir sie hier betätigen. Wie gesagt. Wir können sie nach oben. Nach unten. Können jetzt auch in die Kamera schießen. Wenn wir wollen. Machen wir natürlich nicht. Und wir versuchen es mal aus nächster Nähe hier. Mit dem Handwagen. Und ihr seht was für eine Kraft dahinter ist. Und auch unsere Rütter müssen jetzt mal herhalten. Das sind natürlich starke Typen. Natürlich eher gegen eine Burg. Wieder rein. Und. Was passiert? Okay. Die sind natürlich auf jeden Fall weg. Wenn auch schon der Handwagen wegfliegt. Definitiv. Ich schaue mal hier gerade rum. Und besorgen wir mal noch ein paar andere Teile. Die wir hier abschießen können. Mit der Riesenkanone. Um hier nochmal die Kraft zu demonstrieren. Ich habe mir jetzt mal hier. Zwei Play-Doh-Dosen besorgt. Und die sind voll. Kann ich euch auch gerne zeigen. Und auch echt schwer. Da bin ich mal gespannt. Was. Die Riesenkanone hier anrichten kann. Machen es mal so. Ich sag mal aus. Eher mittlerer Distanz. Also nicht zu weit. Aber auch nicht zu nah. Müssen wir natürlich zielen. Ich hoffe die Kugel kommt nicht zurück. Okay. Zum Umwerfen hat es jetzt noch nicht gereicht. Beziehungsweise zum Umstoßen. Versuchen es nochmal. Nein. Das geht nicht. Dafür sind die definitiv zu schwer. Wir nehmen mal die Knete raus. Wir versuchen es jetzt mal. Das funktioniert natürlich. Die sind natürlich nicht sehr schwer. Ja. Definitiv. Wobei mir auffällt. Wir könnten ja mit diesem Spielset hier mal. Beziehungsweise nicht mit diesem Spielset. Mit diesen Knetdosen kurz so eine Mauer machen. Und diese dann mal abschießen. Oder? Wie wäre es? So die Play-Doh-Mauer. Die ist jetzt aufgebaut. Und die Ritter müssen hier natürlich durch die Falkenritter. Packen wir mal am besten hier hin. Und ich würde sagen Feuer. Das hat noch nichts gebracht. Nochmal. Ich hoffe wir brauchen noch nicht zu viel Versuche. Nein ist nichts passiert. Wir haben einen eigenen Ritter erwischt. Den darfst du natürlich nicht nochmal erwischen. Nochmal. Feuer. Und das hat schon wieder unseren Ritter erwischt. Ich glaube der ist jetzt außer Gefecht. Dann packen wir die mal hier an die Seite. Wir kriegen einfach diese Mauer hier nicht weg. Die eine Kanone ist weg. Versuchen wir es mit der zweiten. Das wird nichts Freunde. Ich gebe mir noch zwei Versuche. Immer hier auf die grüne Play-Doh-Dose. Weil wenn wir die erwischen, dann fällt natürlich alles runter. Nein, das war der zweite Versuch. Wir haben es nicht hinbekommen. Natürlich haben wir hier volle Play-Doh-Knetdosen benutzt. Die sind natürlich echt schwer. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und jetzt ist auch die zweite Kugel weg. Freunde, ich habe sie jetzt, wo ich hier sehe, das vorne fängt schon an. Versuche es nochmal. Okay. Zumindest ein Teil ist kaputt gegangen von der Playmobil-Mauer hier. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz noch ins Fazit von diesem Spielset hier. Die Riesenkanone der Falkenritter. Das Playmobil-Spielset, die Riesenkanone der Falkenritter. Und die Ritter, die schauen wir uns nochmal genau an. Vielleicht den hier als erstes. Der ist natürlich echt cool ausgerüstet. Mit einem Schwert für den Nahkampf. Der hier mit Pfeil und Bogen für den Fernkampf. Deswegen ist er hier auch echt krass ausgerüstet, muss ich sagen. Auch ein kleinerer Schutzschild. Wir haben ihm den kleineren Schutzschild gegeben. Und ihm hier den größeren, weil der ja nicht so gut ausgerüstet ist. Hier auch ein Bart. Der schützt ihn vor Kälte. Nicht vor Gegnern. Ein Umhang, den wir auch abmachen können. Echt cool. Dann schauen wir uns hier den Bogenschützen an. Die Pfeile, die können wir hier leider nicht abfeuern. Wäre auch ein bisschen schwierig, glaube ich. Können wir aber hier dranhängen. So, natürlich der Bogen. Hatte ich euch eben schon gezeigt. Und der Schutzschild hier echt groß. Und der Ritter hier mit Sommersprossen. Ein bisschen freundlicher. Was haben wir noch? Den Wagen hier. Damit transportieren wir natürlich hier zum Beispiel dieses Fass. Und eine zweite Kanonenkugel. Die Fahne. Die Falkenritter. Damit vielleicht auch Verbündete oder Feinde wissen, wer jetzt kommt. Und für Feinde natürlich ganz wichtig ist, diese Riesenkanonen hier. Damit haben wir eben mehr oder weniger die Play-Doh-Mauer zum Einsturz gebracht. Mit mehreren Versuchen. Ist schon eine Menge Power dabei. Deswegen bitte nicht aufeinander schießen. Wie gesagt, mit diesem Schalter hier können wir die Kanonenkugel abfeuern. Und selbstverständlich können wir den auch rumfahren, damit wir zur Schlacht kommen. Und hier auch nochmal das Falkenschild. Echt cool. Die Riesenkanone von Playmobil. Lesser gesagt, von Playmobil Nights. Wir waren im Mittelalter. Hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Ciao. Ciao.